ja moin leute willkommen auf dem kanal willkommen zu barkhaft so eins der seltenen intros vor den tagebüchern ihr wisst ja auch das mache ich nur dann wenn es was ganz besonderes zu berichten gibt oder es ist vielleicht die erste folge oder letzte folge nun ist es tatsächlich die letzte folge also folge 20 heute von unserem kanonier der schweren flack unserem albert ich fand diese 20 teile waren sehr interessant man hat tatsächlich auch parallelen wieder gefunden zu unserem protagonisten aus dem buch oder aus der reihe im panzer turm weil die ungefähr dieselben zurück oder rückzugsgefechte geliefert haben dort mit den russen und auch die rettung über see war ähnlich aber trotzdem wieder aus einer anderen sicht also eine panzer einheit und eine flak einheit sind ja halt auch nichts ohne ihre geschütze oder ihre panzer viele von euch waren relativ begeistert oder am anfang nein sagen wir mal so am anfang doch etwas verhalten wegen dem schreibstil von dem albert und weil es ja nun auch sehr viel etappe und so weiter war es ist ja nicht immer gleich kriegsbeginn ich fahre mit dem panzer besser nach moskau sondern es ja auch geht ja eigentlich mehr auch mal um das leben der lanzer um mit der lanzer und die ganze art und weise wie das zustande kommt wo man hinkommt und verpflegung und alles was dazu gehört und die der richtige kampf kommt ja meist erst später deswegen für die zukunft kann ich euch nur empfehlen egal was für tagebücher kommen man sollte immer dranbleiben weil es ist ja meistens immer so ein bisschen vor geplänkel dann der kampf und was ist dann gefangenschaft also man muss sich schon alles anhören für mich auch eine ganz besondere reise weil dieses das war wirklich schwer zu lesen also ich hatte das ja mal gezeigt das skript wirklich sehr eng geschrieben und sehr klein geschrieben und dann unübersichtlich also so sahen die blätter ja aus die albert da abgetippt hat damals und also es war für mich schon ein bisschen anstrengend aber gut das ist halt dabei das muss man das muss man halt auch ein bisschen üben ja lange rede gar keinen sinn ich denke mal dass das mit dem abschluss heute eine runde sache ist der teil ist auch ein bisschen länger also fast eine halbe stunde mit dem intro wahrscheinlich noch länger und wollte euch schon mal darauf vorbereiten dass wir die nächste woche dann so gott will in die luft gehen ich habe also jetzt einen kurzen ich weiß nicht werden wahrscheinlich nur vier teile von einem jungen soldaten der nachtjäger wert also der halt zur luftwaffe geht er sport mechaniker ist und dann tatsächlich noch die ausbildung macht zum flugzeugführer und dann nachtjäger und naja das will ich jetzt nicht so weit vorgreifen weil ich möchte ja immer so ein bisschen erde luft vielleicht mal wieder marine so ein bisschen abwechslung machen ja das heißt also als nächstes kommt dieser nachtjäger da mache ich dir noch ein extra intro zu und dann geht das wieder los ja ich hoffe wie gesagt das war was für euch es haben ja auch wieder einige leute fotos geschickt die konnte ich aber nicht einbauen weil ich meistens diese videos schon vor produziere das heißt also wenn engen kapitel mit ich sage jetzt mal fotos waren das irgendwie von der evakuierung da oben die ecke waren dann konnte ich die nicht mehr reinschneiden weil ich das ja schon alles fertig hatte das ist ein bisschen schade aber es ist nun mal so muss man halt mit leben genau ich will das auch nicht zu lang machen ich wollte nur sagen letzter teil teil 20 unser kann und hier los geht's wir waren zu viert noch nicht lange durch die stadt marschiert als vom bahnhof her detonation ertönten ich sagte zu meinem begleiter du paule da spreng ich schon die gleise ein zeichen dass der ivan nicht mehr allzu weit von hier fort sein kann lassen wir uns beeilen sonst wird uns noch der rückzug abgeschnitten wir marschierten schneller eiletaten not auf dem marktplatz marschiert eine kolonne gefangener russen begleitet von zwei deutschen posten eine lkw überholte die kolonne schnitt etwas scharf die kurve und von seinen aufbauten regnet es in diesem moment kommisbrote und die fielen genau zwischen die gefangenen ivans diese stürzten sich in ihrer gier und ihrem hunger über diesen segen und im nu war eine tolle balgerei im gange unsere beiden posten nahmen ihre karabiner von der schulter und prügelten auf die ivans ein ich sah verschiedene tschechen mit drohenden fäusten unsere leute bedrohen schaute nach vorn und wollte gerade um eine straßenecke rumgehen als vor mir hinter einem zaun am bahnhof eine fratze mit einer pelzmütze überdacht auftauchte sie den ganzen salat einen augenblick anschaute und dann eine riesenflinte hervorkam auf eine lanze anlegte der auf einem roten reichsbahn um in die brust zwischen dem gepäck saß und ihn aus vier metern herunterschoss plumps da lag der kerl auf der straße mir war beim anblick des russen das herz stehen geblieben ich sprang auf den kotflügel des omnibuses und duckte mich dass der ivan mich nicht sah ein karabiner hatte ich nicht auch sonst keine waffe nur mein sack mit essen waren ich schrie dem fahrer zu der ivan stehe an der böschung und er solle gas geben der fahrer tat es auch und rast in eine vor ihm marschierende gefangenkolonne hinein die beiden lanzer die eben noch auf die russen einprügelten waren unter den füßen der gefangenen verschwunden und sind bestimmt zertrampelt worden die vor uns marschierende kolonne es waren amis und kanadier flogen auseinander als wenn eine bombe unter ihnen eingeschlagen wäre ich sprang vom kotflügel runter mein essbeutel ging verloren egal das leben war wichtiger als es war von den gefangenen hatte noch keiner bemerkt was gespielt wurde auch die tschechen waren nur noch einige augenblicke verblüfft mit einem so schnellen eintreffen der russen hatte keiner gerechnet einige augenblicke später ertönen vom marktplatz her karabiner schüsse und fast zur gleichen zeit pflanzte sich der lärm über die ganze innenstadt fort wir liefen durch eine villenstraße von brück wahrscheinlich war in diesem besseren viertel die partisan tätigkeit verpönt aber es war ein stadtteil in dem deutsche wohnten ich weiß es auch nicht nach vielleicht 400 oder 500 metern reichte mir die querstraße von brünn die nach komo tau führt oben angekommen vom gleichen augenblick die reste einer leichten flackbatterie an uns vorüber wir winkten einem steier pkw zu und der fahrer mäßigte sein tempo zu viert schwangen wir uns auf die trittbretter und ich brüllte dem fahrer zu der ivan ist in brücks vollgas weiter nach vielleicht 50 meter bilde vom bahnhof her eine schwere panzerkanone die straße auf der wir fuhren war wie eine serpentine in den berg hinein gearbeitet worden rechts bergabhang links ein ausgemauerter gartenzaun dahinter stieg der berg weiter an in der mauer paffte eine rauchwolke auf splitter surten vorbei ich duckte mich hinter den aufbau des kfz ein lächerlicher schutz gegen eine granate aber besser als gar nichts wieder abschuss und gleich darauf volltreffer in einem vor uns fahrenden pkw der wagen brannte gleich ein unteroffizier kullerte ohne kopf aus dem inneren und blieb am straßenrand liegen das fahrzeug kippte in den straßengraben und im vorbeifahren sah ich noch zwei lanzer in den flammen hängen die jungens hatte freund hein in letzter sekunde erwischt noch einmal abschuss und wie ein heißer strich sauste eine granate über uns hinweg einschlag und doch schwein gehabt nur martens ein gefreiter aus unserer batterie erhielt einen kleinen splitter in seinen rechten zeigefinger wir waren durch und saß das grauen im nacken überall wo wir durchkamen brüllten wir marschierende lanzer zu der ivan ist in brücks und ich vermeine heute noch die panische angst in den gesichtern unserer jungs zu sehen eine kolonne arbeitsmeiden marschierte auf der straße als sie unsere warnung herausschrien erfasste diese armen kinder eine panik sie liefen wie aufgeschreckte küken durcheinander zwei mädchen klammerten sich an die rückwand unseres fahrzeuges es gelang einem lanzer das eine der mädchen heraufzuziehen während das andere ein stück mitgeschleift wurde und schließlich als seine kräfte erlärmten es nach vorne mit seinem gesicht auf die straße schlug arme maid was ist aus dir wohl geworden sie blieb wie tot liegen sie war bestimmt schlimm verletzt worden aber war es nicht krieg unseres führers glorreicher krieg wer wollte noch an diesem tage es war der 7. mai 1945 den hellen tod fürs vaterland sterben etwa fünf kilometer hinter brücks hiel unser fahrer in einem kleinen dorf an sein rechter hinterreifen lahmte er besah sich den schaden ein splitter hatte die decke seines reifens geritzt und der schlauch quoll in einer dicken blase aus diesem loch heraus schnell etwas luft aus dem reifen dann versucht eine unterlage in den reifen zu stoßen der gute hatte zu diesem zweck einen schraubenzieher aus seinem werkzeugkasten verwendet und als er ihn gut durchstieß er wich mit einem lauten geräusch die luft aus seinem hinterrad adios kameraden das fahrzeug war verloren denn der kumpel hatte keine reservereifen bei sich und zum flicken reichte die zeit nicht mehr wir wollten zurück in der ferne enttönte schon wieder das rollen der iwan panzer also weiter zu fuß nach einiger zeit erwischten wir einen schweren laster bei dem wir noch unterkommen konnten wir klemmten uns zu viert an den aufbau des führerstandes und fuhren auf komutau zu bei sinkender sonne trafen wir in komutau ein am ortseingang hörten wir dass für die folgende nacht die kapitulation beschlossen sei ein general der division groß deutschland hielt alle durchkommenden fahrzeuge an angehörige der division groß deutschland mussten die kolonne verlassen und sämtliche waffen die noch in der kolonne mitgeführt wurden sollten abgeliefert werden ein oberleutnant übermachte die übergabe der waffen er kam auch an unser fahrzeug und verlangte pistolen karabiner handgranaten und infanterie munition die eventuell noch vorhanden wäre die tür unseres fahrzeuges ging auf und ein lanzer schmiss dem oberleutnant einen karabiner vor die füße das war für dessen ehre zu viel er ist seine pistole aus dem halfter brüllte zum führerhaus hinauf und wollte den kerl herausholen der ihm diese schmach angetan hatte der fahrer kümmerte sich nicht um den offizier gab gas und um ein haar wäre dieser unter die räder des lastwagens geraten er wurde dadurch so aus dem konzept gebracht dass er das schießen vergaß und wir ungeschoren davon kam der weiter marsch ging nur noch im schritttempo vonstatten es wurde nacht der morgen graute wieder aber von einer endgültigen kapitulation wurde nichts bekannt ach der mai 1945 auch heute ging es nur noch im schritttempo weiter während kurz vor marienbad und es hieß dass bei karlsbad die spitzen der amerikanischen truppen stehen sollten marienbad wurde am mittag durchfahren nach karlsbad noch acht kilometer es wurde nachmittag karlsbad kam noch immer nicht in sicht oft stundenlang musste unsere kolonne halten ehe es langsam weiter ging von russen war nichts mehr zu hören aber wenn wir bei den amis ankamen was würde dann geschehen es hieß dass in der kapitulationsverhandlung festgelegt worden sei dass alle deutsche streitkräfte die gegen den ivan gekämpft hatten an unseren östlichen gegner ausgeliefert würden dann gnade uns gott alles wollte ich erleben nur das nicht was ich tun würde ich wusste es nicht erst im morgen grauen des 9 mai 1945 in der nacht war die kapitulation nun doch wirklichkeit geworden erreichten wir die ersten häuser von karlsbad langsam weiter gegen mittag kamen wir an eine brücke hier hatte ein major einen tisch aufgestellt und gab jedem lanzer der es wünschte die bescheinigung dass er ordnungsgemäß von den deutschen truppen entlassen worden sei auch ich besorgte mir diesen entlassungsbescheid rekurrierte mir ein fahrrad und versuchte auf einer seitenstraße aus dem ort herauszukommen vergebens auch noch verschiedene andere versuche schlugen fehl überall waren die straßen von den amis abgeriegelt worden ich musste zurück in die kolonne hinter der brücke stand ein panzer der amis neben ihm ein paar posten jeder dieser burschen trug drei vier oder fünf armband uhren am arm im halfter baumelten meist zwei pistolen unter den armen in der gesäßtasche überall ragten pistolenschäfte aus der uniform heraus diese boys waren aber sehr freundlich zu uns kein böses wort keine affekthandlung von seiten unserer gegner es war wirklich eine achtungsvolle geste unser gegner dass sie noch nicht einmal eine persönliche kontrolle durchführten deutsche panzer geschütze und granatwerfer standen am straßenrand die lastfahrzeuge durften weiter mitgeführt werden ein paar hundert meter hinter der brücke kam ein paar kanadier in unsere kolonne hier reingeschneit auch südafrikaner waren darunter und fing die ersten tauschgeschäfte mit deutschen lanzern an kamerad schnaps das konnten sie schon sagen sie boten zigaretten dafür schade hätte ich in komutau nicht meinen ganzen verpflegungsvorrat verloren ich hätte gute geschäfte machen können aber leider sollte ich jetzt erst einmal kennenlernen was hunger heißt ich besaß nichts mehr nichts mehr als das was ich auf dem leibe trug nur ein brotbeutel und ein halbes kochgeschirr waren mein eigentum die kanadier waren mittlerweile so vollgesoffen dass einer ihrer jungs nur noch lallen konnte und wie ein stock durch die fahrzeugkolonne torkelte er vergoss bittere tränen dabei und schlug endlich steif hin bald war ein amisan karl zur stelle und transportierte die whisky leiche fort im schritt ging es weiter und in den abendstunden waren die schlimmsten stockungen behoben in schneller fahrt fuhren wir jetzt in richtung eger kurz vor einbruch der dunkelheit erreichten wir eger und wurden eine riesengroße wiese in der nähe des flugplatzes eingewiesen riesige wagenkolonnen standen schon dort tausende und abertausende lanzer lagen unter freiem himmel auf der wiese oh weh was hatte ich mich doch getäuscht anstatt freundlich holzbaracken die ich in meinem jugendlichen leichtsinn erwartet hatte war weit und breit kein baum zu sehen ich hatte kein mantel keine decke wie sollte ich mich auf der blanken erde gegen die kälte schützen die erste nacht verbrachte ich an einem lagerfeuer das schicksalsgenossen von mir dort entzündet hatten am tag schlief ich in der sonne das gab etwas kraft doch mein magen ließ mir keine ruhe keine zigarette mehr kein bisschen nahrungsmittel besaß ich keine verpflegung erhielten wir von den amis was sollte werden wir hatten auf dem flugplatz etwa 40 große vier motorige deutsche flugzeuge vom typ kondo liegen die vor der einnahme des flugplatzes gesprengt worden waren aus den flügeln dieser luftriesen schnitten wir große leicht metallteile heraus und hatten somit zunächst einmal ein gegenstand mit dem wir die erdlöcher die wir in den nächsten tagen gruben abdecken konnten wir hatten ein haus in dem wir gegen die schlimmsten witterungseinflüsse geschützt waren zwar hatte ich keine decke um mich zuzudecken zwar hatte ich kein stroh um eine schlafunterlage zu machen aber dunst und kälte waren etwa aus unserer höhle verbannt zweite frage wie komme ich an essen waren auch am zweiten tag hielten wir keine verpflegung ebenso am nächsten tag am vierten tag unserer gefangennahme war es endlich soweit dass wir die nächste verpflegung erhielten ein teelöffel milchpulver eine messerspitze margarine zu 35 mann ein kommissbrot in unserem lager waren über 80.000 gefangen untergebracht wie sollten diese leute verpflegt werden damit verwendete seine mitgeführten vorräte nur zur beköstigung seiner eigenen truppen was wir erhielten waren erbeutete deutsche reserven hunger tut weh diesen satz leiert man oft gedankenlos herunter aber wie weh hunger tut habe ich in eger kennengelernt was sollten wir mit den lächerlichen mengen anfangen schon am zweiten tag war ich soweit dass ich mir sauerampfer und brennesseln von der wiese pflückte und es auf einem feuerchen zu einer gemüsesuppe verarbeitete ohne zutaten keine kartoffeln kein fett kein gewürz wie diese verpflegung auf meinen darm arbeitete kann man sich vorstellen die ruhe drohte nach einer woche waren schon die ersten fälle im lager zu verzeichnen die kranken wurden in eine isolierstation gebracht die krankheit drohte dem ganzen lager ich erbettelte mir zigaretten suchte zigaretten kippen stahl bei einer feldbäckerei wenn ich glück hatte schon auch einmal einen klumpen rohen teig und briet ihm am offenen feuer wer dabei gefasst wurde hatte mit scharfer strafe zu rechnen ich wagte es dann war mein magen für ein paar minuten ruhig wasser gab es nur in einer quelle die von unserem lagerort etwa 500 meter bergabwärts gelegen war wer wasser holen musste hatte ein oder zwei stunden nötig und es begehrte nass heranzuschaffen große menschenschlangen standen immer an dem rinnsaal um ihr kochgeschirr zu füllen und wenn man den bergweg hinauf musste versagten die beine den dienst ich war oft zu elend mich überhaupt zu bewegen nur schlafen und vor sich hin dämmern das war die haupttätigkeit in unserem lager wir waren acht tage dort dann wurden auf einem lkw kurz neben unserem loch über 50 verschimmelte kommissbrote marmelade und zigaretten entdeckt der besitzer war ein oberzahlen meister das schwein ließ die verpflegung eher verderben ehe sie mit einem anderen zu teilen in ihrem zorn plünderten mitgefangene den wagen und schlugen den besitzer so schwer zusammen dass er anschließend in das lazarett zelt im lager eingewiesen werden musste in unserem lager waren auch wehrmachtshelferinnen untergebracht für ein paar strümpfe oder ein halbes kommissbrot oder eine dose schoca cola vergaben die lieben meiden eine nacht voller seligkeit ich will nicht moral apostel spielen was hunger ist weiß ich selber aber dass diese handlungsweise die moralischen qualitäten der betroffenen damen gefördert haben sollen kann ich mir nicht vorstellen auch mit den amis waren sie sehr schnell freund gestern noch todfeinde heute unzertrennliche freunde ja ja ich passe doch nicht so recht in das leben hinein ich bin eben ein querulant und dummkopf der auf seine prinzipien besteht und das forsche und glückliche leben noch nicht kennt beziehungsweise es nie erlernen wird nach 14 tagen wurden die ersten heimkehrer transporte aus dem lager eger entlassen in frage kamen nur leute die in den von amerikanern besetzten gebieten wohnen ob stolberg auch zu diesem gebiet zählte ich wusste es nicht am nächsten tag wurden wir zur untersuchung und zur registrierung in die amerikanische entlassungsanstalt geführt es war nur ein zählt man wollte mir unbedingt die zugehörigkeit zur waffen ss in die schuhe schieben unter meinem linken arm habe ich ein muttermahl und der untersuchende amerikaner brüllte mich an ss sind ein nazischwein erst nach gründlicher und langwieriger vernehmung diese sich davon überzeugen dass es sich bei mir um ein geburtsfehler handelte und dass es nicht die tätowierung der waffen ss war papier in ordnung wann geht es denn nun los am nächsten tag es war der 26. mai 1945 also auf den tag genau zwei jahre nach meiner einberufung zum wehrdienst musste ich wieder zum vernehmungszelt sämtliche sachen die ich auf dem leibe trug waren mitzubringen also doch entlassung wir hielten marsch verpflegung ein halbes kommissbrot etwas wurst und margarine wurden nochmals durchsucht mussten antreten sämtliche kriegsauszeichnungen und dienstgrade von unserer uniform entfernen und wurden dann zum bahnhof eger geführt die tschechische bevölkerung stand am wege drohte uns mit fäusten und spuckte nach uns lanzern als wir durch die stadt geführt wurden nur die drohend erhobenen maschinenpistolen unserer bewahrungsmannschaften hielten die menge von tätlichkeiten ab am bahnhof wurden wir zu 60 mann in einen viehwagen gefärcht unser transport umfasste etwa 30 wagen die alle in richtung westdeutschland fuhren und man hatte endlich das gefühl bald wieder ein freier mensch zu werden bei der abfahrt aus dem bahnhof eger musste unser transportzug unter einer eisenbahnbrücke die unseren schienenstrang kreuzte hindurch fahren oben am geländer standen tschechen und warfen mit steinen und unrat auf uns unser wagen hatte ein geschlossenes dach so dass glücklicherweise keiner verletzt wurde eger verließen wir in den mittagsstunden unsere fahrt ging über weiden mark tretwitz in die nacht hinein schon am abend hatte ich meinen ausgehungerten magen mit der marschverpflegung vollgekleistert so dass ich nichts mehr zu essen hatte im morgenrauen reichten wir würzburg ich hatte würzburg zweimal durchfahren als es noch nicht durch amerikanische bomber zerflügt worden war aber wie sah die stadt jetzt aus ausgebrannte häuser zerbombte straßenzüge der dom hatte sein dach durch brandschaden verloren wie hatte der bombenkrieg den mauern von würzburg seine spuren hinterlassen wertheim der wohnhort meines freundes haller wurde durchfahren glück gehabt horst das gesicht des städtchens war freundlich und heiter der krieg hatte hier nicht seine ruhen in das stadtbild gegraben du hast dein elternhaus unversehrt wiedergefunden wie du es verlassen hast hinter wertheim längerer aufenthalt ein amerikanischer verpflegungszug stand auf offener strecke neben unserem transportzug nur ein paar amerikanische neger soldaten liefen mit einer mp umgehängt an dem wagen vorbei es gelang verschiedenen deutschen lanzern große amerikanische verpflegungspakete zu stehlen die bewachungsmannschaften schossen zwar mit der mp in die luft aber keiner der verwegenen räuber wurde verletzt weiter ging die fahrt überall wo wir hinkam wurden wir durch die deutsche bevölkerung wie die sieger und helden dieses krieges gefeiert alte mütterchen und väter junge frauen und mädchen kamen zu unseren wagen und es gelang ihnen trotz verbots der amerikaner mit uns zu sprechen wo kommt ihr her war die frage die jeder an uns richtete und habt ihr den oder den gesehen oder getroffen alle wollten etwas von unserem leben und dem leid im gefangenen lager wissen obwohl die leute selber nicht zu essen hatten teilten sie das letzte mit uns ja hätten wir die zivilbevölkerung nicht gehabt hunger und nochmals hunger wäre unser los gewesen frankfurt wurde durchfahren in bingen setzten wir über die notdürftig nach der sprengung durch deutsche truppen wieder in stand gesetzte brücke über den rhein und erreichten das linksrheinische ufer als wir im schritttempo über die eisenbahnbrücke fuhren stimmt ein kölner 100 mark hieß er das lied an oh du wunderschöner deutscher rhein es wurde prosaisch wirken wenn ich sagen könnte alle fielen in jubel ein und sagen aus stolzer brust dieses lied mit nur ein paar mann fielen in sein lied ein mir standen die tränen in augen ich konnte einfach nicht mehr ich war ausgezogen um die welt für unseren führer zu erobern oder um unser vaterland zu verteidigen irgendeine heldenhafte vorstellung hatte mich ins große abenteuer der front geführt und wie kehrten mir helden zurück 3000 schweigende krieger gestehlt in hundert schlachten dem tode tausend mal ins auge gesehen jetzt müde verbrannt zerschlagen erniedrigt ohne trost ohne hoffnung ohne auftrieb und ohne wissen was wird zu hause sein ich habe innerlich geweint meine jugend zerschlagen äußerlich hatte der krieg kleine spuren in meinem gesicht in meine haltung hinterlassen aber innerlich war etwas tot etwas zersprungen vielleicht hatte ich an diesem tag und zu dieser stunde mit meiner jugend abgeschlossen vielleicht auch vorher schon ich kann es heute nicht mehr sagen ich habe es auch damals nicht gewusst aber ich kam innerlich als greis als alter mann der verraten und verkauft worden war dem man vieles zerschlagen hatte der grauenhafte dinge gesehen und erlebt hatte zurück er kann es nachfühlen wie uns wie mir zumute war 100 mark war ein krieger von 40 und noch mehr jahren wahrscheinlich ein volksgradier wie die packbedienung in ostpreußen die beim ersten feindlichen schuss abgehauen waren vielleicht auch nur auf einer schreibstube oder in kasernenhöfen als dienstgrad gewesen er war kein alter krieger dafür hat ein frontsoldat einen untrüglichen instinkt er konnte noch singen wo aber die anderen 100 mark schimpfte uns sture hunde ja er hatte recht wir waren stur aber ist sturheit nicht auch eine waffe um innerlich nicht zu zerbrechen muss ein mensch der fühlt und denkt und empfindet nicht ein eispanzer um sich legen um nicht laut aufzuschreien über den wahnsinn den er erlebt hat ich hatte einen eispanzer um mein herz getan und leider ist es bisher noch nicht wieder zum schmelzen gebracht worden ich bin hart geworden vielleicht zu hart aber durch diese härte oder vielleicht nur scheinbare härte bin ich mit den problemen des lebens immer alleine fertig geworden ohne irgendwie tief unten zu landen wir hatten meilen zeit als wir rein abwärts unsere heimat zu fuhren am rhein war kirsch ernte körbe mit kirschen und arme voll brot wurden uns von den rheinischen obstbauern an den zug gebracht wir sahen an der nacht und sind sieg riesige gefangenen lager waren gleich neben der bahnstrecke errichtet worden wie ich später hörte waren über 300.000 deutsche soldaten in diesen lagern untergebracht worden wir hatten noch unsere fahrzeuge mit in gefangenschaft nehmen können aber wir mussten diese armen schweine leben dreckloch war neben dreckloch ausgehoben worden und in jedem dreckloch lagen deutsche soldaten kein baum kein haus kein auto kein dach schützte diese armen kerle gegen wind und regen oh wie herrlich hatten wir es doch im vergleich zu diesen armen teufeln gehabt in köln mussten wir unseren transport verlassen er fuhr weiter zum niederrhein und später nach holland köln haufbahnhof umsteigen in richtung aachen ein paar stunden erwischten wir einen leeren güterzug der über euskirchen düren nach aachen fahren sollte euskirchen war unsere erste station wie sah es dort aus der ganze bahnhof war durch amerikanische bombenangriffe in ein riesiges kraterfeld verwandelt worden dürren ein riesiges ruinen und totenfeld war aus dieser einst blühenden und reichen stadt geworden ich kannte meine heimat nicht mehr wieder wie würde es in stolberg aussehen mir wurde immer banger je näher wir nach hause kam eschweiler es ging eschweiler hatte nicht zu schwer gelitten sprachen am bahnhof verschiedene arbeiter und ihre auskünfte stimmten uns bang in stolberg konnte kein stein mehr auf dem anderen stehen was würde mich erwarten am sticherberg hinter dem ischenberg tunnel konnten wir den ersten blick auf stolberg tun die donnerberger kirche stand nicht mehr oder nur noch als ruine die schule zerschossen viele häuser waren zu mauerstümpfen zusammengebrochen der bahnhof stolberg hauptbahnhof wir kamen an wir stiegen aus von der stadt selbst war nichts zu sehen am bahnhof wurden wir von belgischen posten in empfang genommen pässe war ihre frage wir zeigten unsere entlassungspapiere und mussten auf den kommandanten der militärpolizei warten unterdessen standen wir auf dem bahnsteig der fabrik petersen zugewendet am güterbahnhof standen drei stolberger mädchen im gespräch mit zwei amerikanern sie winken und lachten uns zu wir waren zu acht mann aus der gegend von stolberg die als erste stolberger am hauptbahnhof zwar der 30. mai 1945 aus der gefangenschaft angekommen waren als der mädchen kam zu uns rüber gelaufen und brachte uns zwei schachteln amerikanische zigaretten einer unserer lanza nahm die rauchwaren an ich musste mich umdrehen um dem liebchen nicht ins gesicht zu spucken oder sie mit einem unanständigen wort zu bedenken die gestern noch unsere feinde heute in ermangelung deutscher männer die besten kavaliere und freunde hure wann werde ich es lernen meine gefühle besser zu kontrollieren und meine empfindung anderen menschen gegenüber in eine beherrschte form zu gießen nach stundenlangem warten kam endlich der belgier und prüft unsere papiere wir waren frei ich konnte nicht schnell genug nach hause kommen unterwegs kam ein mann aus meiner bekanntschaft menschen auf den straßen in unter stolberg hatten seltenheitswert ich fragte ihn nach meinem zuhause die älteren sollen noch leben die wohnung war zerstört ich ging schneller ich muss daheim kein haus in stolberg das nicht spuren des krieges aufwies dächer zerschossen fensterscheiben zerschlagen je näher ich meinem elternhaus kam desto größere schäden wiesen die häuser auf in der eisenbahnstraße begegnete ich dem vater eines mit mir nach hause gekommenen lanzers ich überbrachte ihm die erfreulichste nachricht seines lebens der gute alte weinte freudentränen ich näherte mich meinem vaterhaus in einem zigarettengeschäft in dem ich mir die ersten zigaretten holen wollte so hatte ich es mir immer vorgestellt anstelle des verkaufsladens ein großes loch und dann kam mein elternhaus die fenster waren gehende löcher ich sah nicht das gesicht meiner mutter meines vaters unterwegs hatte ich erfahren dass meine eltern in ober stolberg leben sollten aber ich wollte zuerst an den ort meiner jugend zurückkehren das treppenhaus war zerschossen wo früher unsere küche war geht jetzt ein loch ein einschuss in der mauer mein schlafzimmer hatte einen schweren treff erhalten die reste eines tisches und unseres herdes eines bettes alles lag kunterbunt durcheinander im schlafzimmer meines bruders wir waren von fünfen noch zu zweit ledig und in unserem elterlichen hause lagen feldpostbriefe meines bruders und auch eigene post von mir wir durcheinander im wohnzimmer stand ein zerschlagenes spiegel ein kleiderschrank war nur noch ein trauriges wrack unser klavier war fort wo mochte es wohl sein ich suchte weiter aber ich finde mich in dem haus meiner jugend nicht mehr zurecht alle wohnungen waren leer in der etage unter uns sah es nicht besser aus ich ging wieder nach unten auf die straße eine frühere nachbarin erkannte mich und zeigte mir das haus in dem meine eltern jetzt wohnten ich suchte mir ihre wohnung und kam endlich meinen lieben näher ich ging ins haus hinein parterre unbewohnt auf der ersten etage sollten sie wohnen ich klopfte an und wirklich da stand meine mutter am tisch mein vater saß auf einem stuhl meine mutter rief nur sämtliche vornamen ihrer söhne aus und endlich sie konnte vor rührung nicht sprechen nannte sie meinen namen ja ich war es der jüngste ein verlorener sohn war zurückgekehrt mein vater weinte wie ein kleiner junge und auch mir saßen die tränen ziemlich nahe ich musste mich hinsetzen erzählen mutter machte etwas zu essen dann konnte ich mich endlich einmal waschen meine verlaustet klamotten ausziehen und dann setzte ich mich ans klavier ja nun danket alle gott habe ich gespielt ja ich wollte ihm dank dass ich endlich heim gefunden hatte odysseus hatte seinen hafen wieder erreicht vielen gefahren war ich ausgesetzt gewesen ich hatte vieles gesehen und erlebt ich hatte narben innerlich und äußerlich aber ich fühlte mich endlich nach einer ewig langen zeit wieder geborgen ich hatte jemanden der für mich sorgen würde man kann das nur verstehen wenn man eine ewig lange zeit nur auf sich selber angewiesen ist keine liebe höchstens nur freundschaft und duldung seiner mitmenschen erlebt hat jeder war jedes menschen feind es triumphierte nur das ich das wir gab es nicht in der harten realität des krieges ich hatte jemanden der für mich da war der für essen kleidung und ordnung sorgte der krieg war für mich zu ende als ich auszog ein held zu werden da habe ich immer das todsichere gefühl gehabt du kommst wieder zurück du wirst den krieg glücklich überstehen mein gefühl hat mich nicht betrogen ich hatte den schoß der familie zurückgefunden ein neuer lebensabschnitt sollte für mich beginnen zu Untertitelung des ZDF, 2020